Hallo liebe Jungfrau, Frau, lieber Jungfrau, Mann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 18. bis 24. Mai aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- und Wochenlegungen, die sind dort immer aufgeführt. Entschuldigung. Und Informationen zur Verlosung, man kann bis am 31. Mai eine persönliche Session bei mir gewinnen. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du unten. Außerdem ist unten auch der Link zu den häufigsten Fragen und zur Übersicht aller Tarotkarten. Radiant Wise Spirit Tarot benutze ich heute, die sind dort auch aufgelistet. Ich habe ein bisschen Hunger und deswegen bin ich ein bisschen durenant, aber ja, ihr werdet schon aushalten. Ich habe Hunger. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also schauen wir mal. Liebesleben von Jungfrau von nächste Woche vom 18. bis 24. Mai, bitte. Ich soll meinen Hunger mit Wasser stillen, meint die Stimme. Ich soll meinen Hunger mit Wasser stillen. Ich werde jetzt direkt mal einen Schluck nehmen hier. Das ist eine Message an dich, Jungfrau. Du bist ein Erdzeichen, du willst Stabilität, du willst Erdung, du willst mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Die Beziehung soll auch stabil sein. Die Sache ist nur die, Blumen müssen gegossen werden, damit sie wachsen können, damit sie gedeihen können. Erde, wenn du Erde nicht befeuchtest, anfeuchtest, dann schrumpft es zusammen und es wird was? Brösmellig. Instabil. Instabil. Du sollst ein bisschen gießen. Du sollst ein bisschen gießen, du sollst Wasser trinken und natürlich in Tarosprache Liebe. Liebe, 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 Liebe. Man muss Dingen, die man aufbaut, auch Liebe geben, damit es auch wirklich gedeihen kann. Es bringt nichts, wenn man in einem Job ist, den man überhaupt nicht gerne macht und dabei gut verdient, ich sage es euch, das hält man ein paar Wochen aus und danach geht man in Richtung Depression. Danach ist eine Abwärtskurve. Auch in der Liebe, es bringt nicht, da kann ja sonst irgendjemand hier auf der Straße irgendein Passant mir eine feste Beziehung anbieten und es auch wirklich so meinen und sich daran halten. Aber, donde esta el amor? Oder? Die Liebe. Die Liebe, es muss auch gegossen werden. Schauen wir mal, was die Karten dazu sagen. König der Schwerter. Ja, das ist eiskalt, das ist berechnend, das ist strategisch, das ist planend. Basierend auf harten Fakten wird hier die Zukunft ausgemalt. Basierend auf Informationen, basierend auf Schwarz auf Weiß wird hier überlegt, wie kann ich mich erden? Wie kann ich mich erden? Jungfrau, das ist deine Karte im Tarot, ist dein Grundbedürfnis, diese Stabilität. Diese Stabilität. Jungfrau, schau mal, siehst du die Früchte hier, das Grüne hier, ist alles Feuchtigkeit pur, da wurde gegossen, da wurde Liebe hineingesteckt. Dadurch ist diese Verwurzelung hier entstanden, dadurch sind diese Pflanzen entstanden, diese Verwurzelung entstanden, es braucht hier Flüssigkeit, es braucht hier Kelche. Drei der Münzen, zwei der Kelche. Stabilisierung einer Beziehung durch Liebe. Das, was man schon hat, das, was man in der Hand schon hat, verwurzelt man ein Tick weiter, indem man noch Liebe hinzugibt. Das ist das, was du nächste Woche verstehen wirst hier, Jungfrau. Du willst da eine Verbindung zu einem Menschen stärken, du willst die Verbindung, willst du stabiler machen, du willst, dass es zukunftsträchtiger wird und man pflanzt hier was und dann erwartet man, dass da Trauben rauskommen, mit denen man dann Wein herstellen kann, Süssmost, sonst irgendwas, Sirup, alles. Es ist zukunftsträchtig, man kann etwas damit anfangen. Ich kann mit einem gefüllten Bankkonto noch nichts anfangen. Was ist ein gefülltes Bankkonto? Was ist das? Das sind nur Zahlen. Geh zum Bankschalter und frag, wie viel habe ich auf dem Konto, der druckt dir das auf Papier raus und dann hast du da Zahlen vor dir. Das ist nur das. Es wird erst zu etwas, wenn du es in etwas Fruchtbares investierst. Und hier ist es, man investiert in etwas Fruchtbares, man bringt das Fruchtbare noch hinein. Also diese, hier haben wir den Samen, hier haben wir die Flüssigkeit und daraus kann dann etwas entstehen. Okay? Der Gehengte. Neun, der Schwerter quer, ich nehme das quer. Jungfrau, wir haben hier eine Gegenseite, die nicht so recht weiss, ob hier das Fruchtbare voranschreiten soll. Dieser Mensch kann dir für den Moment sagen, dass sie hier durchaus, lass es mich so sagen, das ist ein Mensch, der eine feste Beziehung führen kann. Gar kein Ding. Sie wissen nicht so recht, ob ihre Weintrauben bei dir hängen sollen oder nicht. Wir haben hier schon mal diese Pflanzen hier, Früchte sind da noch nicht dran. Dieser Mensch hängt sich da rein, versucht die Situation aus einer anderen Perspektive zu sehen. Die haben hier bei sich schon etwas aufgebaut, das fruchten kann. Und jetzt versuchen sie das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. 180 Grad Drehung. Was wäre, wenn ich mein Hab und Gut mit Jungfrau zusammenbringe und dann durch die Liebe dann etwas Schönes entsteht? Sie wissen nicht so recht. Ich kann das eigentlich auch aufrecht nehmen, es ist nicht eine gegenseitige Bedeutung hier. Hier ist Verzweiflung und hier ist man dann wirklich am Rande vom Wahnsinn ein bisschen. Albträume hier, Albträume hier vielleicht. Hier schlaflose Nächte, hier ganz schlimme schlaflose Nächte. Und wenn du dann auf diesen Menschen hier zugehst und eben diese Früchte der Liebe da endlich mit ihnen haben möchtest, Wasser gießen möchtest auf das, was zwischen euch an Potenzial herrscht, dann wird dieser Mensch ein paar Tage, ein paar Nächte hier verzweifelt sein und nicht wissen, was tun. Okay? Ich werde hier mit dem Ride of Weight eine zweite Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Jungfrau, frage ich, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!